Die IG Metall Küste ruft in der Nacht zu Dienstag zu zahlreichen Warnstreiks im norddeutschen Raum auf. Bereits in der Nachtschicht sollen die Mitarbeitenden aus 17 Betrieben in Hamburg, Nordwest-Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ab 0 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Im Laufe des Tages folgen weitere Betriebe. Hintergrund ist ein Ablauf der Friedenspflicht und die ab 10.30 Uhr stattfindende dritte Verhandlungsrunde mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall. Die Gewerkschaft fordert 7 Prozent mehr Geld auf 12 Monate sowie 170 Euro mehr für Auszubildende und Dualstudierende. In Hamburg sind die Unternehmen Airbus, Still, Spira und Philips Medical Systems von den Warnstreiks betroffen.